Nö. Kann man essen? Nö. Was brauchst du essen? Kann man nicht essen. Ja. Achso. Was? Guck mal hier. Ja, das hab ich auch. Komisch. Guck mal hier. Wir sind Partner. Soll ich die mal runterboxen? Nicht. Ja, das ist ein Gast. Hast du nicht. Wolke getroffen. So, wie weit bist du jetzt mit dem Röhrchen? Jetzt müsste eigentlich anfangen zu pumpen. Ich hoffen. Loil. Was denn? Easy. Kommst du jetzt in Lava oder kommst du nicht? Sag nicht, dass ich die oben drauf packen muss. Das kann auch sein. Der ist ja noch nicht unten. Er ist unten. Doch. Ja, hab ich grad gesehen. Nein, der ist unten. Doch. Nein. Machst du mir unten ein Portal? Dann geh ich gucken. Der muss unten sein. Der ist unten. Der ist unten. Der ist unten. Jetzt werden die Dinger weiter pumpen. Der ist unten. Sollte mal Knätern machen. Ah, jetzt ist er. Äh, lol. Ja, jetzt ist er nämlich erst unten. Okay, es geht. Warte. Der hat er jetzt zu lange gebraucht. Und außen er braucht ja auch immer ein bisschen, um die Luft aus dem Rohr raus zu pumpen. Warte mal. Muss jetzt hier grün oder blau sein? Warte mal. Hier muss grün. Der geht rein. Und hinten muss er? Ja. Und hinten muss er raus. Okay. Okay, wir sind hier fertig. Jetzt brauchen wir noch... Jetzt brauchen wir Eisen. Schnell. Will. Schnell. Ah, so lange will ich auch nicht mehr machen. Die... Die Aufnahme läuft jetzt auch schon wieder. Elf Minuten. Ich hab die ihm eine unterbrochen. Okay. Nicht packen, nicht packen, nicht packen. Danke. Ah, ich hätte gleich unten bleiben können. Ein bisschen Eisen suchen. Hm. Keins. Da oben ist Eisen. Ich brauche nur 5 Eisenblöcke. Eins. Zwei. Ja. Reicht. Idiot. Da ist jemand in die Lava gesprungen. Oh doch. Nicht ganz. Oh doch. Oh mein Gott. Warum muss das so aufwendig sein? Ich bin zugegriffen. Pulverizer. Niemand macht Blutzen. Rein damit. Machst du genug Eisen? Weiß ich nicht. Ich brauche 5. Ich brauche auf jeden Fall 9. Pudding. Und dann brauche ich noch. Also ja. Reicht. Ich habe genug. Ja. Sehr gut. Jetzt muss ich noch eben Gold brennen. Da brauche ich 5 Stück. Kann ich schon mal brennen. Dann mache ich den Ofen. Ich höre schon die alten Stinker. wieder. Ein bisschen sehr viel Slutsch ne. Kann man damit Slutsch machen. In Sludge Boiler rein. Und was macht man mit dem Slutsch Boiler? Der macht irgendwelche random Sachen. Matsch. Clay. So wie die Scrap Boxen. Der macht das nur anders. Cool. Boah wie viele Bären ne. Kannst du noch was anderes mitmachen? Nix. Kannst du noch nicht mal verbrennen oder so. Ich will nicht wissen wie viel schnell. Guck dir mal allein die Stackweise an. Das sind locker immer 64er Stacks. Soll ich meine Kiste daneben stellen? Nein. Die ist voll. Die ist instant voll. Stell eine daneben. Die ist instant voll. Sag ich dir jetzt schon. Nicht instant. Aber voll. Aber voll ja. Oh ne mittlerweile gar nicht. Die ist nur halb voll. Okay. Ja aber lieber abgelassen damit sie sich nicht füllt und alles daneben geht. Bitte ein Lava. Ja Lava geht runter. Nice. Jetzt ist es bei mir hell im Zimmer. Es funktioniert. Jetzt kriegt er ein bisschen mehr Energie. Dazu habe ich hier 1000 Liter Saft. Jetzt geht es ein bisschen schneller. Jetzt brauche ich hier noch einen Wassereimer, damit man die Sonne abbauen kann. kommt es doch nehmen wir mal raus und das erz ich glaube wir haben erstmal das gröbste geschaffen für den anfang strom läuft wir haben hier die stinker in die lite warum btf warum habe ich den kopf war ich nicht hast du irgendwo ein grab abgebaut? ja gerade eben im nether ok das schmeiß ich noch weg da war eigentlich unsere ruhe für heute erstmal zack so eine fist das mal ist hier rein was man noch nicht gebrauchen kann mehr so jetzt stecks noch rein zack so ne was fliegt hier wieder rum auf pfeile oh ne auch gut du kleiner febber du das habe ich gesehen ja 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 was du da gefällt hast ja 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 jetzt gucke ich hier schnell bei den aukdingern und dann machen wir es los wir beide machen wir es los warum willst du noch weiter machen? du musst irgendwann ins bett mein jung es geht drei stacks holz ist okay ja ich habe gerade einen stack rausgenommen ok da haben wir vier stacks ist okay ja für die stinker lassen wir uns beim nächsten hause einfallen machen wir mili titles glaube ich mal das war am einfachsten jetzt packen wir hinten so schießt die mich einfach ab voila ich glaube das geht gar nicht in Ordnung so 1,2,3,4 hast du den aufgefüllt? was? die dinge? nö warum? vielleicht von alleine auf nö hinten so eh vier und zwei sieben voll aber nicht der ach so den meinst du ja obwohl der ist auch hier hinten der ist auch voll aber für strom braucht der harvester halt montierten? nö nö aber dann ist er voll dann haben wir ruhe was? dann schauen wir mal schnell was da drüben da ist schauen wir mal schnell was da drüben da ist vielleicht muss ich da auch noch machen muss ich da auch noch machen was denn so ist es ja ins deck nachschmeißen und ich sag dir als nächstes kommt Lenny und sagt so ey das ist voll effektiv voll scheiße was ist so ein aktive tief was ist so ein aktive tief so ein kommt Lenny so ey das ist voll scheiße das ist voll geil ja den bauen wir ja sowieso aber wir bauen ihn auf ne andere Art und Weise wir bauen ihn nur wenn wir keinen strom richtig haben wenn die Stelts ablaufen dann soll der angehen das reicht ja na gut WTF wir beide hören auf jo dann würde ich sagen hoffentlich hat es heute gefallen WTF hatten wir noch ein bisschen spaß gehabt eine schöne bergungstour zum schluss komm wir trinken noch ein schlückchen wir trinken noch ein schlückchen von unserem guten juice kann kein schlückchen mal trinken ich bin voll getrunken dann würde ich sagen wir sehen uns bei der nächsten Folge bis dahin und tüddelü 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 tüddelü